Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Begleiten Sie mich auf einer Schlacht, die Sie noch nie, noch nie in Ihrem Leben gesehen haben. Ja und diesmal mit dem Fallensteller. Ja, es ist bei mir. Nein, ich hab Fallensteller gesagt. Ich hab Fallensteller gesagt. Ich sag immer Fallneger. Ich hab Fallensteller gesagt. Süß, ich hab dich gesehen. Oh, da war aber sowas von der Baum. Das war aber sowas von der Baum. Oh, sie ist so schön pink angezogen. Das heißt, ich kann sie sehen. Jawohl. Hallo. Hallo. Ich hab lange, sehr, 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 sehr lange nicht mehr den Fallen. Oh, shit. Ach komm. Ach komm, dass es bei mir nie funktioniert, ne? Ja, mach ruhig. Schon alle. Äh, okay, die lässt sich nicht verarschen. Die lässt sich nicht verarschen. Ist natürlich nicht so gut, ne? Ach, pfff. So, wir machen's anders. So. So. So, meine Süße. Dich nehmen wir mal mit. Oh, ein Twitchy. Es ist ein Twitchy. Und da hat mich auch gerade... Uiuiuiuiuiuiuiui. Das war aber... Das war aber sehr... riskant von mir. Oh, Leute, ja. Du wirst Stress? Fuck it! Ja, komm mal. Hä? Oh, du Kleine. Oh, ich hab... Warum will ich jetzt mal nicht... Ach, leck mich doch. Ich halte mich viel zu lange wieder an ihr auf. Muss übrigens auch wieder viel mehr Fallen legen. Mach ich natürlich nicht. Wollen wir es mal probieren? Cool, ey. Nee, ich kann nie jemanden im Schrank. Ah. Da war jemand. Oh, da hab ich ganz, ganz, ganz kurz... ...deine Frisur gesehen, meine Liebe. Ist das denn ernst? Ach, komm. Ich will meinen Majas wieder. Eigentlich hab ich ihm immer am liebsten gespielt. Ist das denn ernst? So. Caramba! Oh Gott, du musst mich hassen, ne? Das Ding ist... Ich bin wieder... Ich muss zum Generator. Ich muss ganz dringend zum Generator. Jo, das hab ich befürchtet. Dat hab ich befürchtet! Das bringt alles nichts. Oh, ich hasse diese Map, ne? Ohne Spaß. Ich find die ganz, ganz, ganz schlimm. So ein Bullshit hier. Das spielt ja hier am Arsch der Welt. Das machen die bestimmt zu. Keine Ahnung, wie viel ist ein Generator? Ich hab gar keinen Bock auf dieses Spiel, ne? Absolut nicht, meine Liebe. Ach ja, 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 ja. Das ist ja okay. Die wollen mit mir spielen. Da war einer. Ich muss mich gerade konzentrieren. Ach, das ist so ekelhaft. Ganz ehrlich. Ich hab gar keinen Bock drauf. Absolut nicht. Meine Güte. Das ist für mich verarschen. Das ist wirklich für mich verarschen. Ich muss mehr Fallen legen, wa? Ich muss mehr Fallen legen. Ich hab keine Lust auf... Ich darf keine Spiegel eingehen. Ach, Mann. Ich versteh nicht, warum ich hier nicht sehe. Ich versteh es nicht. So, du kleine... Du willst Stress? Alles klar. Kein Problem. So. Oh, tat das weh? Tut mir leid, das muss jetzt sein. Okay, ich hab da oben eine gesehen. Die ist wahrscheinlich direkt hinter mir. Wo ist die? Wo ist die? Ich weiß, dass die irgendwo war. Wo ist die? Oh, nehm ich, meine Lieben. So, hab ich jetzt ein bisschen Stress hier? Hoffentlich. Oh, nein, ein Generator. Oh. Oh, nein, ein Generator. Ich darf mich nicht darauf einlassen. Ich darf mich nicht darauf einlassen. Aber da hinten ist ein Generator, der wird bestimmt gemacht, der da ganz hinten. Oh, yeah. Ach, die sind halt so mega weit auseinander, weißt du? Das ist aber so mega unnötig gerade. Billy. Der wird's nicht schlecht. Ja, ja, ich weiß, dass sie gerade ausgegangen ist. Ich hab die schon gesehen. Das ist echt kacke, Leute. Oh, das war so klar. Oh, das war so klar. Das ist echt eine scheiß Map für ihn. Für mich persönlich. Für ihn. Für mich. Für mich. Für mich. Ich kann ihn einfach hier nicht spielen. Ich krieg das nicht hin. Egal, die nächste Runde wird besser. Die können auch nicht weiter auseinander sein, ne? Das ist frech. Das ist frech. Oh, jetzt leckst du auf einmal oder was? So. Hingst du schon mal? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, sie hing tatsächlich noch nicht. Ich weiß jetzt nicht. Sie hing da nicht. Wo seid ihr denn? Mäuschen. Mäuschen. Da hinten läuft jemand. Ich weiß jetzt nicht, wer das war. Jetzt hab ich sie verloren, oder? Oh, das war so klar. Oh, das ist so unnötig. Ich weiß, an mir ist auch noch jemand vorbeigelaufen. Glaub ich. Ich glaube, ich hatte hier noch jemanden gesehen. Guck mal. Guck mal. Ah, schade. Ja, blöd. Das ist ein blödes Spiel. War ein blödes Spiel. Ist blöd gelaufen. War irgendwie ein bisschen kacke alles hier. Ach Leute, geht doch einfach raus. Ist okay. Geht doch einfach raus. Geht doch einfach raus. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Ich hab da gar keinen Bock drauf. Ich weiß jetzt, ist das überhaupt nicht meins. Geht einfach. Ich kann ja noch ein paar Fallen legen. Dieses, dieses hier, keine Ahnung, wenn man STAG drückt. Wie heißt denn das nochmal? T-Banging. Da hab ich auch... Weiß nicht, sowas mach ich nicht. Ist einfach nicht meins. Ist nicht mein Niveau. Was heißt Niveau? Niveau. Okay, das hat sich ein bisschen hart angehört. Aber das ist für mich einfach geht raus. Ihr habt gut gespielt. Seid froh. Ihr habt das richtig gut gemacht. Und gut ist er. Ach nee. Ja, jetzt... Weißt du, das ist halt so ein... Ey, das ist für mich einfach... Für mich ist sowas kindisch. Ich bin zu alt für sowas. Ich bin definitiv zu alt für sowas. Ist einfach nicht meins. Ja, mega krass. Dass man wirklich absolut kein... Dass man nicht mal irgendwie bleibt auf seinem Stand, wenn man... Ähm... Wenn man keinen kriegt. Das finde ich sehr schade. Egal, starten wir direkt in die nächste Runde. Das war nicht meine. Ganz ehrlich, das war nicht meine Runde. Muss ich ganz... Muss ich tatsächlich sagen, ja. Äh... Was nehmen wir denn mit? Pfff... Ich weiß nicht. Mit dem Fallliga konnte ich schon viel besser spielen. Viel, viel besser. Keine Ahnung, was sich da verändert hat. Nehmen wir mal das hier. Ich möchte gerne, dass sie da lange drin bleiben. Das hier. Und dann... Den letzten überleben. Boah, wird schwierig. Wird schwierig. Ach komm, nehmen wir mal das hier mit. Wird schon funktionieren. Tara, wer ist denn die Tara? Schauen wir uns die mal an. Deutschland! 270 Stunden, okay. Wahrscheinlich hat sie etwa schon gespielt. Mal gucken. Wir werden sehen. Oh, die letzte Runde, die hat mir nicht gefallen. Oh, die war echt kacke. Was hätte ich denn anders machen sollen? Ich überlege da die ganze Zeit. Ich hatte definitiv mehr Fallen aufstellen müssen. Ich habe versucht, den Leuten, die mir auf den Sack gegangen sind, nicht so lange hinterher zu rennen. Hat ja semi gut funktioniert, wie man gesehen hat. Aber ich habe es versucht. Und sonst, vielleicht müsste ich einfach mal länger wieder oder öfters mal wieder den Fallenliga spielen. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie kann ich Mayas und den Geist definitiv besser spielen. Finde ich persönlich. Aber angefangen habe ich mit Fallenliga. Und ich weiß ganz genau, ich habe irgendwann mal den Geist ausprobiert und den fand ich so scheiße damals. Den fand ich so scheiße. Ich konnte den nicht spielen, den Geist. Und jetzt? Oh, ich liebe ihn. Ich liebe Mayas. Da auf dem Wasser. Ein Stückchen Wasser aus dem Ikea-Glas. Jawohl! Okay, noch ein Stückchen. Ich muss mich hier warm trinken. Mit Wasser. Nee, ich hoffe, das wird jetzt hier eine bessere Runde. Oh Gott! Hey, Kacke. Ja, da stand gerade irgendwas mit strategisch gut. Soll man die Fallenleger, die Fallenstellen beziehungsweise legen? Ob das bei mir immer so strategisch gut war, weiß ich nicht. Ich finde es halt immer, ich fand das echt nervig, dass man, dass sie halt immer den gleichen Weg gegangen sind. Das ist ja das, wofür ich einmal angeprankert wurde, als ich Survivor gespielt habe. Da hat mir der Kila geschrieben, so, der hat mich danach geprankt, wollte ich gerade sagen. Was zum Teufel? Gefacecampt. Und es war ein Facecamper, aber nur bei mir. Weil ich konstant den gleichen Weg gegangen bin. Und das Haus, wobei es stimmt nicht, wenn man das Video sieht, bin ich auch mal kurz in den Wald und dann wieder zurück. Und dann hat er mich halt gefacecampt und das fand ich nicht so nett. Und das mache ich ja trotzdem nicht. Die gehen mir zwar auf den Sack und die machen das auch gut. Das ist halt auch ihr gutes Recht, das zu machen. Weil das stimmt ja, wenn die gerade auslaufen, werde ich irgendwann schneller und dann kriege ich die. Das ist einfach so. Also da kann ich auch verstehen, wenn die das machen. Mache ich ja auch. Man versucht ja, dass man dem Killer engkommt, beziehungsweise dass man ihm nicht gerade in die Arme läuft. Ähm, ja. Und trotzdem bleibe ich, oder beziehungsweise versuche ich dann fair zu bleiben und nicht zu campen und denen eine Chance zu geben. Und die hatten sie ja. Ich hätte genauso gut jetzt auch da einfach vor ihm stehen bleiben können und sagen können, nö. Ich brauche Punkte ohne mich. Ich will auf jeden Fall in den Rang steigen oder was auch immer. Ist jetzt so nicht meine Absicht. Ja, ich verstehe. Hier stand mal irgendwas hier unten, irgendein Kommentar von den Entwicklern. Ähm, Dead by Daylight, äh, in Dead by Daylight sollen die Killer töten und nicht nur hinterherrennen und die auch wirklich aufhängen. Ja, kann ich auch verstehen, aber wenn du wirklich versuchst, hinterherzurennen und tust und machst, so wie ich das jetzt gemacht habe, und dann aber noch einen Slot wegbekommst. Also so ein, so ein, wie heißen diese Punkte da? Ich vergesse jedes Mal den Namen hier, diese weißen Dinger da oben rechts. Wenn du dann so noch so ein, so ein Slot, nicht Slot, Slot ist da, wo es drin ist. Äh, verlierst. Ey, ich hab's im Kopf, aber ich kann mich nicht, egal. Wenn du's dann verlierst, ist halt schade. Weil du hast ja dein Bestes gegeben, du warst kein Käfer, du hast die aufgehangen, bist dann wieder gegangen, bist in den Generatoren gegangen, bist anderen hinterhergelaufen, hast wirklich viel gemacht, was halt ein Killer so machen sollte. Hast nicht mit denen gespielt und dann wirst du noch dazu, sozusagen dafür bestraft, dass du einen Punkt abbekommst. Finde ich sehr schade. Natürlich könnte man es auch so sehen, äh, dass man sagt, ja, aber dann, äh, weil man halt kein cooler, äh, kein guter Killer, beziehungsweise die Survivor waren einfach besser. Verstehe ich, war in meinem Fall jetzt zum Beispiel auch so, aber trotzdem sollte, glaube ich, irgendwo gewürdigt werden, dass der Killer dann seine Arbeit tut, beziehungsweise versucht, die zu bekommen. Dass man keinen Punkt noch dazu bekommt, kann ich verstehen, aber dass man halt wirklich einen Punkt abbekommt, finde ich, finde ich ein bisschen krass. Das finde ich wirklich ein bisschen krass, muss man mal drüber nachdenken, ob das vielleicht so, so, die richtige Lösung ist. Es ist schwierig, es ist schwierig, ich glaube, es ist auch nicht mehr so einfach. Was ist denn hier mit dem Spiel los? Ich glaube, da ist einer abgehauen, kann das sein? Triffst du einen gesunden Überlebenden, gewinnt er kurz an Geschwindigkeit. Was? Achso? Ich dachte, was? Was? Echt? Der Killer kann fallen, gelassene Paletten zerstören. Diese Aktion dauert eine Weile und macht die Palette komplett unbrauchbar. Das wissen wir schon, aber den Punkt davor, den ich gelesen habe, ist mir jetzt neu. Dass man tatsächlich so einen ganz kleinen Sprintboost sozusagen bekommt, also nicht so wie der Perk, aber dass man anscheinend ein bisschen schneller wird. Manchmal ist es besser, die Bewegungen der Überlebenden zu deuten, als die zu jagen. Sieh, wohin sie gehen und versuche, diese Information zu nutzen, um ihnen näher zu kommen und ihnen vielleicht sogar den Weg abzuschneiden. Ja, das versuche ich. Ist ja blöd, wenn du da so eine Ruine hast, sag ich mal, so ein Bauwerk und da zwei Paletten sind. Der Fallenleger wird benachrichtigt, wenn ein Überlebender in seine... Oh. Oh. Oh, ist das dein Ernst? Achso, ich dachte, ich krabbe jetzt... Hä? Ich habe einen Punkt verloren. Da... Hier steht, ich habe so viele Punkte. Ah, ich habe den verloren! Wie frech ist das denn? Oh, wollt ihr mich verarschen? Bin ich blind? Ich glaube, ich habe den doch jetzt verloren, oder nicht? Kann doch nicht... Der Stand, der war hier gerade... Also, ihr seht meine Maus, glaube ich, nicht. Hier neben den zwei Punkten, rechts daneben, war noch einer. Oh, ist das frech. Oh, ist das frech. Wollt ihr mich flachsen? Ich hoffe, ich übertreibe jetzt gerade nicht, aber ich meine schon. Also, ich meine, dass es da auf jeden Fall stand. Boah, ist das frech. Nicht euer Ernst, das habe ich... Nicht euer Ernst, das habe ich sogar noch mal einen Add-on verloren. Ganz ehrlich, ihr könnt mich mal so hart am Arsch ganz... Boah, kriegt mich das gerade auf, ja. Was? Das habe ich auch verloren. Hellstes Mondlicht. Hatte ich das nicht mit? Oder hatte ich das denn davor mit? Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich hatte einen Perky noch. Ach, ganz ehrlich, Leute. Das ist mega ätzend. Megascheiße ist das. Ich will die schnell legen können. Ach, komm. Oh, das ist mega scheiße. Das ist echt mega assi. Ach, Mann. Was soll denn die Scheiße hier? Was für Leute haben wir hier privat? Alles klar. Was haben wir hier? Berlin. 610 Stunden. Okay, könnte interessant werden. Für sie wahrscheinlich nicht. Für mich, hä? 195 Stunden. Jetzt bin ich mal gespannt. Was für eine Kacke. Oh, ehrlich jetzt. Das ist frech. Ich weiß gar nicht. So oft fliege ich als Killer eigentlich gar nicht raus. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es damals auch so war oder schon immer so war. Aber das finde ich jetzt wirklich nicht nett. Nein. Das Betrug hier. Ich meine, ich gehe, ich gehe, ich gehe arbeiten, wollte ich schon sagen. Ich spiele, versuche meine Blutpunkte zu bekommen irgendwie. Und dann dafür im Netz was rauszugeben. Dann ist es noch nicht mal meine Schuld, dass ich hier rausfliege. Und dann kriege ich die Sachen nicht mehr oder was? Und irgendwann schreibt mir jetzt gleich eine Runde unter die Kommentare. Oh, ist da gar nichts passiert? Du hast dich verguckt? Dann, Entschuldigung. Aber es sah jetzt für mich einfach so aus, als wäre das genau so passiert. Und nicht anders. Schweinerei hier. So, können wir nicht noch... Super. Freue mich auf die Map. Hatten wir ja noch nicht. So, dann spielen wir mal. Schweinerei. So, damit wir hier nicht auf den Sack gehen. Dreck hier in eine Falle hinlegen, ganz ehrlich. Oh, Maus. Moment. So. Oh, ich hatte gerade... Das ist natürlich unnötig. Das ist natürlich jetzt hart unnötig. Das war die falsche Seite, Steffgang. Gar keine Zeitverschwendung. Oh, nein. Ich habe mir gerne diesen Baum da angeschaut. Oh, je. Das kann ja was werden, dieses Spiel. Das ist so meine absolute Lieblingsmap, ne? Nicht. Okay, da haben wir... Ganz ehrlich, Leute. Ich... Ich... Boah, du kleine... Boah, ah. Fuck, sie ist nicht zurückgegangen. Oh, du kleine Tuse. Aber sowas von gerechtfertigt. Frech, äh, frech. Warte doch, bis ich weggehe. Oh ja, jetzt habe ich hier gar keine... Oh, lol. Schade ich bestimmt nicht. Ja, macht noch mehr Generatoren. Ihr wollt mich doch flachsen hier. So. Die können wir ja wieder aufstellen. Du hast sie ja kaputt gemacht. Und dann bleibe ich noch ein bisschen hier. Wenn es dir ganz recht ist, war? So, meine Liebe. Hast bestimmt nichts dagegen. Oh, tat das weh? So, ich muss mich ganz kurz konzentrieren. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. So. Oh, komm. Dann halt nicht. Ich habe Zeit. Es ist eure. Es ist... Es ist so frech. Das ist so frech einfach. So. Jetzt heile ich erst mal. Ich habe natürlich nicht bedacht, dass ich da auch noch unten muss, ne? Entschuldigung. War vielleicht ein bisschen, äh... Nicht so logisch von mir. Ich verstehe halt nicht, dass man... Also diesen... Also... Ich... Mh... Also ich... Ja, ich reine auch Killern hinterher. Vor allem, wenn ich mit Jasmin und Deko spiele. Ähm... Oh, komm. Oh, das ist unlustig. Das geht ihr nach oben. Was soll man wetten, dass ihr durch dieses beschissene Fenster geht? Da war jemand? Hallo. So. Ähm... Aber wir spielen dann immer im Team. Und, ähm... Bei uns ist es dann auch immer so, dass die Killer dann irgendwann keinen Bock mehr haben und den einen fallen lassen. Ich glaube, die spielen zusammen, kann das sein? So. So. Oh, hier ist es so dunkel immer. Sieh nicht. Ich will mal hier eine Falle legen. So, nicht direkt vorm Fenster. Und hier ist noch jemand. Huch. So, dann kann die andere ja jetzt gerettet werden. Ich kümmere mich mal um die hier. Oh, Fallnega, kannst du noch langsamer sein? Hallo. Okay, dich kann man ein bisschen verarschen. Das ist ganz cool. Wo ist sie? Hallo. So. Dann haben wir dich doch. Ich nehme mal hoch. Ist hier jemand? Sag mir bitte, dass hier keiner ist. Oh, da ist eine Falle. Äh, da ist eine Falle. Da ist ein Haken, würde ich sagen. Uh. Okay. Alles cool, alles cool. Ich merke schon, ich werde auf jeden Fall nervös, wenn, ähm... Ja, wie soll ich sagen? Ähm... Wenn jemand frech ist. Also hier zum Beispiel das mit der Falle. Und ich habe die Falle aufgestellt. Dann geht die extra dahin, macht die Falle kaputt. Obwohl ich da noch gerade eben war. Das finde ich halt so ein bisschen... Weiß nicht, wenn ich sowas mache, dann... Ich warte immer. Ich bin halt so ein Mensch, ich warte. Ähm... Wenn ich mich jetzt wie eine Deko zusammenspiele. Gut. Ähm... Ich werde dazu verleitet, ja. Ich werde dazu verleitet, sowas zu machen und den Killer hinterher zu rennen. Das macht ja auch Spaß. Und wir haben ja selber verkackt. Das habe ich unter einem Video auch mal geschrieben. Da sind wir selber schuld, dass uns das passiert ist, weil, ähm... Wir... Äh... Ja... Eine gewisse Person, sage ich mal, hat mit dem Killer gespielt. Ist doch völlig in Ordnung. Jeder spielt anders. Und, äh... Ja, wir wollten sie dann retten. Hat dann nicht so gut funktioniert. Und da sind wir auch draufgegangen. Ist natürlich ein bisschen suboptimal alles gelaufen. Aber sowas passiert auch. Und da muss man sich dann eingestehen, okay, der war scheiße von uns. Wir haben uns, ähm... Wir haben versucht, ihn zu ärgern. Haben es getan. Und, äh... Er hat es uns sowas von gegeben. Einstecken, nicken und weitermachen. So ist das halt. So, und deswegen... Ich reg mich ja auf über die Leute, aber... Eigentlich hab ich die alle ganz doll lieb. Und die mich bestimmt auch. Wenn man mich kennt, hat... Wir haben uns alle ganz doll lieb. So, ich muss wieder viel mehr Pfeilen legen. Viel mehr Pfeilen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ganz genau, wo ich die am besten hinlegen soll. Ich hatte mal einen Killer. Das war echt krass. Der hat die Pfeilen wirklich so absolut gar nicht in der Nähe von einem Generator gelegt. Sondern einfach so mittendrin. Und ich denke so... Ah, ouch. Das tat weh. Ach, guck mal. Da hinten läuft jemand. Da hinten läuft jemand. Ach, guck mal. Schön, dass du aufgestanden bist, weil sonst hätte ich dich nicht gesehen. Hm. Ich hab Zeit. Dann machen wir das so. Auch für die Nächsten. Ich glaube, sie ist jetzt weggegangen. Aber nicht schlimm. Ich mach das dann lieber so, als mich dann verarschen zu lassen. Beziehungsweise, ich hab mich ja schon verarschen lassen und versuch da nicht drauf einzugehen. So. Betonung auf Versuchen. Hab ich das nicht kaputt gemacht? Ich seh hier keinen. So, meine Mäuschen. Wo seid ihr denn? Die Klaus hier, oder was? Jetzt sind die wahrscheinlich alle auf der anderen Seite. Das wäre natürlich mega unnötig. Ich hab hier mit mir eine Falle kaputt gemacht. Kein Problem. So. Machen wir die Wolle mal hier hin. Das ist noch kaputt. Ich hoffe, jemand läuft in diese Falle rein. Das wäre mega cool. Würde ich selber fürworten. Ach, guck mal. Hier gab es auch schon eine Party. Ach, guck mal. Da hinten ist jemand weglaufen. Oh, hallo. Na? Ah, das war klar. Egal. Da war auch jemand. Da sind auf jeden Fall Spuren. Oh, da hat jemand Haken kaputt gemacht. Frech. So ein Frechdachs. Oh je. Leider am Arsch der Welt. Oh, doch nicht. So. Hat das weh? Aber ich wusste, dass diese Falle aus... Die Falle, die ist halt... Die ist wirklich gut. Also, die ist einfach... Ich glaube es, weil ich da einfach immer gerne lang gehe. Deswegen. Man kartet ja drauf. Okay, welche Wege gehe ich immer? Und dann passt das eigentlich ganz gut. So, stellen wir mal eine Falle hin. Ich habe hier jemanden gehört. Doch nicht. Habe ich das jetzt hier schon... Eigentlich habe ich das hier kaputt gemacht. Okay, da war jetzt jemand dran. Kein Problem. Hier war doch noch irgendwie... Ach, die habe ich schon kaputt gemacht, die Palette. Cool. Cool, cool, cool. Cool. Hallo. Oh ja, dich möchte ich gerne. Du bist doch diejenige, die immer so mit mir spielt, oder nicht? Komm, jetzt spiele ich mit dir. Ist das okay? Bestimmt ist das okay für dich. Och, guck mal. Oh, wunderbar. So. Mir wird auf jeden Fall sportlich, da hinzukommen. Aber egal. Es sind halt sonst keine... Sonst ist hier einfach nichts. So. Bist du jetzt tot? Nein. Madame ist noch nicht tot. Ich möchte gerne diese Falle mitnehmen. Wieder zurück. Hier sind, glaube ich, jetzt erstmal genügend Fallen. Das machen wir nochmal kaputt. Diesen Tipp habe ich auch von Jasmin und Deko bekommen. Nicht vergessen, Generatoren kaputt zu machen. Aber ich habe noch keine... Ich habe noch eine Falle. Komm. Die Falle hat eingeschlagen. Sehr schön. Sehr schön. So. Perfekt. Keine Ahnung, was die andere macht. Ah, sie wird gerettet. Okay. Hier, sie sollen ruhig weggehen. Jetzt kann ich ja sie aufhängen. Oh, das war ein schöner Platz. Das ist ein sehr schöner Platz, muss ich gestehen. Oh, die ist tot. Ach, guck mal an. Sie ist tot. So. Oh. Da ist jemand in die Falle gelaufen. Oh. Oh, nice. Oh mein Gott. Okay. Ja, mehr Fallenstellen. Definitiv mehr Fallenstellen. Es ist so. Okay. Es ist so. Die andere habe ich jetzt einfach stöhnen gehört. So. Die hänge ich jetzt hier nach hinten auf, damit ich die andere direkt aufhängen kann. Wenn ich es denn überhaupt schaffe. Das Ding ist, wo ist die? Oh je. Das wird interessant. Die zu finden. Das wird interessant. Die kann doch nicht... Ah, da. Hallo, meine Teuerste. Hallo. Das Ding ist, wenn ich die jetzt hochnehmen werde, ich habe hier keinen... Ich habe hier gar keinen... Ja, ich habe hier gar keinen... Keine... Keine... Na. Wie nennt man es? Keine Häkchen habe ich hier. Egal, dann spiele ich einfach ein bisschen mit ihr. Weiß mal, wir machen es anders. Wir machen es anders. Ich stelle jetzt hier noch ein paar Fallen. Okay. So, damit sie auch nicht durch das Fenster laufen kann. Da habe ich nämlich absolut keine Lust drauf, dass sie das macht. So, kann ich da vorbeilaufen? Jawohl. Hat funktioniert. So, überall kann sie rumlaufen, nur hier nicht. Die war dessen... Ich wirklich hasse dieses Haus. Ich hasse dieses Haus. Jetzt kann ich sie nehmen. Sie wird sich auf jeden Fall befreien. Das ist mir klar. Nur ich möchte, dass wenn sie jetzt hier um das Haus herumläuft, was ich natürlich... Ich würde es auch machen. Absolut, ich würde es auch machen. Ähm. Und sie um das Haus läuft, dann geht es mir nicht so auf die Nerven, wenn sie dann durch eine Falle läuft. Wohlgemerkt, ne? Sie muss auch durch eine Falle laufen, ich weiß. Ja. Jetzt mal gucken, wo sie langläuft. Nein, sie läuft nicht durch eine Falle. Okay, sie läuft nicht. Ja, wahrscheinlich, weil sie das gehört hat. Okay, ich weiß nicht, ob ich sie gönnen würde, wenn sie Luke finden würde. Hat sie die schon... Weiß sie, wo sie ist? So. So muss das, so muss das, so muss das, so muss das. Aber sie ist nicht durch das Haus gelaufen. Ich glaube wirklich, sie hat meine Fallen gehört, aber es war meine einzige Möglichkeit, sonst hätte ich sie niemals bekommen. Sie wird die ganze Zeit hin und her... Oh ne, das wäre so langweilig gewesen. So, die haben wir jetzt auch auf. Okay, will man es behaupten? Das war mein Gegenstück zum... Ach Gott, zu der Folge davor, die war ja absolute Katastrophe, die Folge davor. Oh, jei, 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 jei. Aber die war, die war ganz gut. Wobei, ich muss sagen, ich merke, der Geist und Meyers, die machen mir doch definitiv mehr Spaß. Als, ähm... Ja, als jetzt hier der Fallen, Liga. Und deswegen... Ja, komme ich nur aus dem Spiel raus. Aha. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich laufe mal echt extra in die Falle rein. Okay, ich dachte schon. Okay, hatte ich auch noch nicht. Interessant. Interessant. Okay. War eine schöne Runde. Die, äh... Die war lustig, wie viele Punkte habe ich denn? Das würde mich mal interessieren. 23.000. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass ich wirklich viel Leuten, oder beziehungsweise oft Leuten hinterhergerannt bin. Oder beziehungsweise auch viele Fallen gelegt habe. Ähm, das sollte man ja doch auch machen. Das vergesse ich einfach viel zu sehr. Ah ja, genau. Die hatten wir ja schon. Ähm... Auch aus Deutschland 30 Stunden nur. Aber dafür, finde ich, hat er ganz gut gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau war. Aber ich finde, das Team war allgemein ganz gut. Äh, wen haben wir hier? I don't know. Den hatten wir, glaube ich, auch schon genau. Das ist mit dem Pinguin. Okay, ja. Äh, dann würde ich sagen, das war es jetzt für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat jetzt die zweite Folge wesentlich besser gefallen als, äh, die... Ach, die... Die zweite Runde hat wesentlich besser gefallen als die erste Runde. Ich überlege mir mal, was ich, äh... Welchen Killer ich in der nächsten Folge spielen werde. Vielleicht mal wieder den Doktor. Den habe ich lange nicht mehr gespielt. Ich würde gerne den Bill spielen. Äh, den Billy. Aber, da würde ich gerne ein paar Perks haben und ein paar Addons mitnehmen. Dafür bräuchte ich allerdings ein paar Blut... Äh, äh, Blutpunkte. Und da ich ja hier nicht zaubern kann oder was anderes mache, muss ich jetzt hier das doch ein bisschen öfter spielen, damit ich den Doktor ein bisschen hochleveln kann. Ach, den Doktor, sag ich schon. Den Billy. Denn, ähm, mir haben ein paar Leute geschrieben, dass man den Billy eigentlich ganz gut spielen kann, wenn man bestimmte Perks mitnimmt und wenn man bestimmte Opfergaben bzw. Addons mitnimmt. Das geht allerdings nur, wenn es dann bei mir soweit ist. Und das ist es einfach noch nicht. Deswegen muss ich jetzt noch ein paar Runden spielen. Vielleicht werde ich ihn dann ein bisschen... Vielleicht. Ich will ihn hochleveln und dann möchte ich mal spielen. Weil ich glaube, das ist so ein OP-Champion, würden wir jetzt sagen, bei LOL oder bei, ähm, Overwatch. Oh, heute habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Das sind so viele Spiele, die ich spielen möchte, ne? Und dann hast du die Uni. Und dann hast du die Arbeit. Und dann hast du Freunde, Familie und alles andere noch. Aber du willst auch zocken. Aber dann denkst du dir, okay, aus dir muss aber auch was werden. Du musst ja irgendwann wirklich Geld verdienen. Dann gehst du halt zum Studium, damit dir aus dir irgendwas wehrt. Aber du willst eigentlich zocken. Schwierig. Leben ist schwierig, sage ich euch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch noch einen wunderschönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.